einen wunderschönen guten tag zusammen zum webinar futures handel zur us börseneröffnung das ganze natürlich mit heiko behrend mein name ist florian scharschmidt und ich darf sich ganz herzlich im namen von fx led um 15 uhr zum webinar begrüßen ich bin gespannt was die us eröffnung macht gerade ging es ja schon ein bisschen im dax ja ein bisschen ab inflationszahlen habe ich mir sagen lassen also scheint bewegung drin zu sein ich bin gespannt was der heiko daraus macht aber bevor ich übergebe einmal zum risikohinweis denn sie kennen es alle das webinar dient natürlich nur zu schulungs und informationszwecken ja bitte verstehen sie das ganze nicht als handelsempfehlung oder anlageberatung ganz gleich was der heiko gleich handeln sollte analysieren sollte oder auch erklärt ja dann schlussendlich müssen sie immer ihre eigenen entscheidungen treffen das ist ganz wichtig zu sagen von daher das war es soweit von mir heiko ich gebe dir einmal die übertragungsrechte und dann wünsche ich dir erfolgreiches trading und wenn irgendwas sein sollte ich finde da also ihr hilft zur seite so gerade eben ging mein bildschirm nicht aber jetzt geht er gut also dann herzlich willkommen auch von meiner seite heute nur als information ich muss heute pünktlich 16 uhr feierabend machen wird heute nicht länger gehen aus dem einfachen grunde dass ich heute noch zum abschlussfest unserer tochter in der schule muss und bei uns beginnt ja am freitag die sommerferien genau und da muss ich heute da sein genau gut ich habe ein kleines ausbildungsthema dabei ich werde es ganz kurz halten weil jetzt gerade der inflationsdaten war ja doch einiges los und darauf kann man dann sicherlich dann noch mal eingehen und genau das wäre dann so heute sozusagen das thema ich hatte mir hier herausgepickt die ersten 30 minuten vielleicht hat der ein oder andere ja aktuell vielleicht auch ein bisschen schwierigkeiten in der aktuellen phase und da wollte ich einfach euch mal zeigen ja wie der markt gerade so die ersten 30 minuten eröffnet und das ist halt vielleicht auch einfach zur zeit also es geht natürlich hier vor allem um den nasdaq wo man merkt vielleicht hat man da auch schwierigkeit im markt und vielleicht liegt es auch an der zeit denn auch in usa ist seit anfang oder ende juni kommen mehr und mehr bundesstaaten halt auch in die sommerferien sind schon viele drin und da nimmt auch das handelsvolumen ab und damit werden auch vielleicht gewisse bewegungen dann etwas erratischer jetzt wollte ich selber noch mal kurz gucken ich habe die inflationsdaten zwar gehört aber ich habe sie voll vergessen ich glaube 9 prozent waren es oder ich muss noch mal ganz kurz gucken damit ich habe nichts mitbekommen davon ich habe nur vorhin zugeworfen bekommen inflationsdaten und der dax ist richtig ja also ich vielleicht dazu ich höre die zahlen und als ich die zeit gehört habe habe ich entsprechend reagiert aber ich weiß jetzt nicht 9,1 doch was 9,1 prozent das habe ich jetzt vergessen gehabt ja genau ich nutze ja vielleicht das kann mir auch mal zeigen ich nutze hier über meine homepage ist eine squawk box nutze ich dafür auf die seite skype trading.de geht dann in der partner traders talk und das ist eine squawk box das heißt ich muss nach den zahlen nicht suchen oder gucken oder irgendwie bei twitter was aktualisieren sondern ich kann ich hier das entsprechend direkt halt hören und derjenige sitzt dann da und sagt dann 14 30 10 sekunden noch und zählt noch mal runter und dann kommt die zahlen und dann hat er gesagt 9,1 und die so war hat es auch gehandelt aber kommen wir gleich dazu genau kann man auf alle fälle sich austesten also bei jedem wichtigen news also über den tag brauche ist jetzt nicht jeden tag ich kenne aber viele trader die es jeden tag halt nutzen um halt nur unter unterhaltung zu haben auch oder eine begleitung einfach zu haben und deswegen also man muss es sich halt mal anschauen ja am besten ist natürlich man macht zum probe abo 14 tage genau wenn nfp sind oder so wie heute natürlich sowas um einfach zu sehen ob man damit einen vorteil im markt hat hat genau gut wir kommen erst mal zur präsentation ganz kurz halt will ich sagen oder möchte es eigentlich halten also ich habe hier mal die letzte woche und die bisherige woche hier ist doch relativ klein in der präsentation ich habe die chance sagte ich erst überlegt weiter auf jeweils eine folie zu machen aber hier gibt es ja genau also worum es mir halt einfach geht aktuell gerade ist ich habe einfach mal markiert die ersten fünf minuten die ersten 30 minuten nach der eröffnung wieder so die 30 minuten kerze ausschaut letzte woche dienstag hier mal als beispiel der markt fällt halt erst nach unten ab der eröffnung und also die kerze in summe hat eine länge von 96 punkte für 63 punkte nach unten und dann steigt der markt hat wieder und es ist natürlich immer halt schwierig wenn man vielleicht auf eine bewegung setzt na als beispiel man setzt hier auf eine bewegung wie es halt auch an anderen tagen war dass der markt halt eröffnet ja und dann halt einfach hier runter fällt weil wir hier vielleicht weil wir hier vielleicht unterhalb eines tagestiefs grad notieren und dann ist es natürlich schwierig wenn man ab der öffnung sieht der markt fällt 60 punkte und steigt dann halt in summe von dort unten aus 96 punkte wieder nach oben und fällt dann am ende zur halben stunde also es immer bis von 15 30 die kehr sorry bis 16 uhr oder hier letzte woche mittwoch eigentlich ich hoffe dass gut heute kann es ja nicht passieren weil jetzt wahnsinnig action war aber letzte woche mittwoch ja so ziemlich eine vollkatastrophe also der markt nimmt zur öffnung das tag ist hoch raus fällt nach unten fällt durch die tiefs der vorangehenden kerzen und steigt dann wieder und und eiert dort 128 punkte hin und her ja auch einmal von der öffnung 70 punkte runter und wieder hoch und dann am folgetag am donnerstag dann auf einmal kommt hier so eine rakete wo es halt einfach am stück halt 130 punkte hoch geht und wer dann wieder die tage davor dann sieht und überlegt naja jetzt sind wir hier über so ein hoch drüber gegangen okay 60 punkte vom hoch vielleicht wird das ja auch wieder ein doch und der markt fällt also dass am ende die die von mir aus die erste halbe stunde so aussieht hier mit so einem dort oben dran und man positioniert sich dagegen weil man davon ausgeht dass der markt wie jetzt davor also fällt steigt fällt ja oder hier steigt fällt und steigt ja und wenn man davon ausgeht kann es ja sein dass man hier genauso dann auch erstmal die short seite sucht und wird hier vielleicht dann ausgestockt haben ja und in dieser woche oder also letzte letzte woche freitag dann ist ja bis jetzt auch nicht so prall gewesen klar die nfp zahlen da ging es ja einmal richtig heftig runter aber dann zur handelseröffnung auch einmal hin und her einmal 75 punkte ab eröffnung hoch weiter nach unten und wieder zurück also ist natürlich auch schon ein harter tobak aber eine 130 punkte unter 13 punkte kerze am ende ja mehr abläuft weil der markt läuft ja 75 punkte hoch und 75 punkte runter sind ja schon 150 punkte die der markt hier abspult und genauso halt auch dann am montag da ging es hier 200 punkte am stück einfach nach unten ab eröffnung ja wer da auch wieder vielleicht der der meinung ist naja der markt hat hier mal an und geht dann wieder hoch der hat das nachsehen ja und auch gestern war ja auch so ein bisschen katastrophe dass der markt hat hier erst gestiegen ist und dann gefallen ist also immerhin von der eröffnung aus 82 punkte erst mal gestiegen und dann 169 punkte wieder nach unten das ist schon schon nicht einfach der grund ist halt es gibt halt tage wo die future dominant sind das heißt wir haben die dominanz im future also aus der aus dem also aus dem future markt heraus und alle alle aktien bewegen sich in eine richtung so wie das hier entsprechend letzte woche donnerstag war und wie es letzte woche jetzt am montag war jetzt habe ich nun gerade gemerkt dass ich irgendwie ein schadbild vergessen habe oder ich glaube ich habe das gar nicht jetzt abgespeichert mehr an zum tag wie gestern ist auch durchaus die dominanz im future aber halt auch in der kasse so dass halt einige werte von den top werten steigen und andere halt fallen oder plötzlich alle mit einmal kurz dann wieder anfangen zu fallen und das können wir uns ja auch noch mal gleich noch mal anschauen ich habe mal von gestern die kasse halt mitgebracht für euch um mal zu gucken wie dann so paar top werte da performt haben ja und dann ist jetzt auch aktuell so und das ist auch so typisch dass eigentlich nach der ersten halben stunde action denn der markt erstmal komplett einschläft und man kann eigentlich fast bis 20 uhr pause machen zumindest wenn man jetzt mal die letzten beiden tage nimmt da ging es erst ab 20 uhr bis zum handelsende denn noch mal gab es noch mal ordentlich action wir sehen hier nur überlappende 30 minuten kerzen er ist halt natürlich total nervig das ganze und da ist es halt auch wichtig vielleicht ist manchmal auch weniger als mehr bei sowas genau so dann gehen wir mal rein in die kasse von gestern also da sehen wir mal die kasse das sind die top werte apple hat ja circa 13 prozent als gewichtung und wir sehen dass die apple und die tesla aktien vor allem am anfang mit amazon ja hier den ersten minuten den ersten minuten hier doch deutlich gestiegen ist also die apple aktie nach oben ausgebrochen dachte ich okay alles klar kauf oder markt drin und dann sieht man halt plötzlich aber die microsoft die direktheit ab handelsstart erst mal hier die ersten minuten fällt meine überlegung ist natürlich dann gewesen okay wenn jetzt die apple aktie steigt und von dem tief aus die microsoft dann wieder kauft dann könnte nach einer seitwärtsbewegung halt der markt ja dann auch wieder weiter steigen aber wir sehen jetzt hier das amazon amazon vor allem tesla und auch die microsoft also blau blaue linie grüne linie und rote linie dann hier deutlich druck drin hatten im markt ja und sowieso schnell wie die aktien halt gefallen sind so konstant dreht es dann halt den markt halt hier nach unten bis 16 uhr das war ja diese gestern diese kerze hat einmal 80 punkte hoch und 169 punkte dann halt nach unten und für mich war es dann halt hilfreich also ich habe gestern nicht gehandelt ich hatte gestern einen emotionalen tag der ein oder andere hat es auf facebook mitbekommen ja dass ja ein börsenfreund von mir verschieden ist und da war ich gestern mit den ganzen zuschriften und kondolenz und beileidsbekundungen am ende da schon ziemlich emotional geladen deswegen habe ich das auch nicht gehandelt aber wenn man das dann halt sieht in der nachbetrachtung sieht man okay wir haben hier doch in der kasse halt den den druck drin weil andere werte das sieht man jetzt hier nicht habe jetzt nur die wichtigen rausgenommen dass man einfach sieht die anderen werte sind gar nicht so mitgefallen ja sondern halt wirklich diese drei werte sind halt massiv gefallen so und von daher ist das dann halt ziemlich schwierig vor allem dann auch wenn dann jeder wert so ein bisschen seins macht also hier die apple aktie kann sich auch holen der rest kommt hier nicht aus der knete ja dann gibt es halt hier so ein bisschen so eine aufwärtsstruktur und seit schwer zu händeln was immer mal wieder interessant ist ist komischerweise gibt es halt oftmals einwertig hier was die alphabet aktie oder google aktie die extrem nah an diesem verlauf von diesem nasdaq relativ lange hier rumgelaufen ist also wir sind jetzt hier bis 17 30 sehen wir jetzt hier den chart und das ganz interessant wenn man sich das anguckt dass es immer mal ein wert gibt warum auch immer der relativ exakt genau den wert des nestex den ja als candle chart dahinter legt sie dann seht so genau gut also das halt so die idee dass man merkt okay vielleicht kann die kasse und das ist ja bei mir auch immer thema dass die kasse oder ein blick in die kasse eventuell hilfreich sein kann wird nicht immer so sein aber vielleicht kann es für euch das soll ja auch ausbildung und anregungen sein vielleicht kann es für euch auch eine hilfe sein zu sehen okay wir haben einfach mit den top werten möglichkeit dass wir dass wir hier entsprechend vielleicht bessere entscheidungen treffen können wenn wir ein einschätzen können ob der druck wirklich aus dem future kommt weil alle alle top werte mitmachen oder ob der markt hat aus der kasse kommt und vielleicht auch mehr hickhack gibt ja gestern gut waren zeit drei werte die massiv verkauft haben und wenn ihr da wenn ihr wissen wollt wie die gewichtung von den charts ist da gibt es eine seite und zwar nennt sich die slick charts und auf der seite könnt ihr euch auch wenn ihr den dow traded euch das angucken wie die werte also welche gewichtung die hier haben ihr seht das hier und könnt jetzt hier auf den zum beispiel auf den nasdaq hier gehen 100 und dann seht ihr hier die gewichtung ja und ich glaube grob mit den ersten zehn werten kommt man auf sei jetzt mal fünf prozent fünf plus sieben ja 13 plus 8 21 28 28 38 38 plus 13 38 48 52 oder 51 ganz grob hier mit den ersten werten und da merkt man schon okay klar ist wenn du bin so eine microsoft halt so wie gestern vollgas ab eröffnung loslegt auf der unterseite und nicht nach oben kommt wird schon schwer für den markt halt überhaupt zu steigen und wenn da noch eine amazon mitmacht und machen 16 prozent gegen 13 prozent steigen ja dann wird schon eher ein bisschen auf der unterseite ein bisschen leichter da runterzufallen also das könnt euch immer zur gemüte führen weil die gewichtung ändert sich auch und beim dau ist es ja vielleicht ein bisschen anders gibt ja hier auch viele mein über den docker die auch im dauern kann man auch mal drauf gehen im dau ist es ja so dass natürlich der der teuerste wert die schwerste gewichtung hat die teurer erhalten im wert ist und ihr seht dass eine microsoft halt gar nicht so teuer ist und halt nur vier prozent gewichtung dann im index hat als apple noch so teuer war also vor dem aktien split war apple immer der top wert und das war immer noch die zeit oder zu der zeit war es dann auch so gewesen dass der nestek und der dau viel viel enger miteinander korreliert haben weil natürlich die apple aktie immer das schwergewicht im nestek war und weil natürlich auch die apple zu der damaligen zeit vor dem split halt auch immer mit das schwergewicht war und das hat dann dazu geführt dass wir und das hat dann dazu geführt dass der nestek und der dau relativ stark korreliert haben wenn man heute mal die korrelation sich zwischen den nestek und den dauern schaut dann ist die halt immer geringer weil hier in diesen top werten natürlich komplett andere themen gespielt werden also von banken 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 und mensch wie heißt es ja visa card also kreditkarte halt was ja auch mit zur bank gehört und dann haben wir hier so werte wie caterpillar hersteller hier von entsprechend baumaschinen und so bin ich jetzt richtig dass es krankenhaus abwickler ist es ist gar nicht ob die eigene kann ich bin also wie gesagt was die genau machen keine ahnung aber das kriegt ja jeder selber aus so und von daher merkt man denn halt dass hier wenn wenn tech halt fällt muss der dau halt nicht fallen also das ist noch mal so als idee einfach mit dazu vielleicht sich das anzugucken vielleicht kann es eine hilfe sein ja und ich sage jetzt mal die united health wenn man sich auch den chart hier mal anguckt ist eigentlich so gerade so ein bisschen der fels in der brandung die aktie sieht eigentlich relativ gut hier aus und kann auch im jahr 22 halt immer noch ganz gut hier entsprechend oder läuft immer noch ganz gut sehen andere werte viel viel schlechter aus auch in 22 das ist sozusagen das ding aber wenn das ding halt abkracht als beispiel war auch mal einer der top werte war mal boeing gewesen können uns auch mal ganz kurz an sind mittlerweile auf platz 13 ja und die boeing aktie hat ja auch mal irgendwie hier stellt euch vor die boeing aktie hat ja hier auch mal 500 dollar gekostet 2019 da war es die platz eins die boeing aktie flug flug gesellschaften aus und dadurch durch den verlust der aktie im preis sinkt dann auch die gewichtung ja und heute ist sie von der wertigkeit auf platz 13 mit 148 dollar und wenn die aktie zum beispiel ganz doll jetzt nach oben spiken würde dann würde sie in der gewichtung wieder hoch steigen also deshalb das ist ja das was viele auch kritisieren am dau das ist halt immer nur nach dem preis geht also die gewichtung also wenn ihr euch die gewichtung im dau einfach machen wollt dann nimmt euch einen dautsch also eine übersicht seite vom dau und und sortiert den nach preis und dann wisst ihr der teuerste wert hat schwerstgewicht ist halt bei den anderen indizes und auch im dax nicht entsprechend anders oder ist dort anders genau gut das noch mal zu der seite also slick chart.com einfach abspeichern dann habt ihr das so jetzt haben wir es 21 wie gesagt wir schauen dann gleich mal auf den auf den drauf hier ich habe die zahlen gehandelt ihr kennt mich ja vielleicht ich habe das hier auch vorgestellt schon mal auch live bei den nfp ist mal mit dem dork hülker mein news setup das news setup heißt ich zeichne es noch mal kurz ein gibt am ende 222 szenarien wenn man so möchte wir haben wir merken uns ganz grob wo wo hat die aktie um 14.03 die aktie wo hat der index den wir handeln wollen um 14.30 wo stand er entsprechend ja ich zeichne mal hier einen geraden strich durch wo stand der index genau in dem falle ich muss das mal hier kurz nochmal löschen weil ich muss ja immer mit der rechten maustaste da arbeiten ist natürlich halt nervig also ok also weiß nicht woran das halt liegt also also wir merken uns einfach der chart läuft ich mal hier ein zwei kerzen so so das ist denn die genau die kerze ein minuten kerze klaus um 14.30 dann kommen die zahlen raus und dann gibt es zwei varianten erste variante gleich gleich erste richtung schreibe ich mal so gleich v für verkehrt das heißt der markt geht in der ersten minute im besten falle nach oben kommt hier an dem ausgangspunkt vorbei was machen wir versucht man versucht hier in den short trade einzugehen und setzen darauf dass der markt lassen wir mal rot genau mit dem short trade hier nach unten fällt was haben wir heute gesehen genau dieses szenario haben heute gesehen dann gibt es die zweite variante wie so oft gibt es nur zwei seiten zweite variante wäre erste richtung gleich r gleich richtige richtung heißt ich mache es jetzt mal auch für die shortseite der markt fällt nach unten schafft es aber nicht noch mal diesen ausgangspunkt zu erreichen vielleicht dauert das hier so ich sage mal hier das so zwischen eins bis zwei minuten sollte das halt sein oder bis drei von mir aus kommt aber mal darauf ein wie irratisch halt die volatilität ist wenn der markt hier irgendwo in einem ihr könnt hier auch an der ersten bewegung auch im fibo anlegen wer das zu den nfp gemacht hat der wahrheit im dax zum beispiel total gut nfp zahlen ist der markt erst gefallen kann mehr ahnung 100 punkte und dann ist der dax hier hat das ganze um 61 prozent korrigiert und dann hat er angefangen hier seinen abwärtstrend aufzunehmen und dann macht man einen ganz klassischen einstieg im trend geht hier short und setzt darauf dass der markt halt das ganze hier nach unten weghandelt es gibt auch zahlen wird es auch geben und da geht man hier short das ist nun mal das risiko ich meine wir sind wir 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 haben jeder zweiter ist ja auch nur eine chance es kann natürlich auch passieren dass der markt dann hier hoch geht ob man dann hier oben nochmal auf long switch das muss dann jeder für sich selber entscheiden oder ob man halt einfach dort den stop loss zieht und dann die paar punkte loss halt in kauf nimmt bis halt so ja genau also das muss man halt für sich halt überlegen wie man das dann handelt aber oft geht genau das auf also eine der beiden varianten läuft relativ oft ja und ich habe ja ich habe es gibt bei mir den grundkurs skype trading und da wird das das oder obwohl das new setup ist gar nicht das ist ja kostenfrei erhältlich das new setup also dafür brauchen wir den kurs nicht ich wollte anders sagen aus dem kurs der ein oder andere hat das jetzt auch bei den nfp zahlen letztes wo freitag auch erfolgreich umgesetzt und ich glaube wie war denn das gewesen ich habe so habe ich doch auch gehandelt also das habe ich in echt geld aber ich habe doch dann auf simulation geswitcht ach nee genau ich habe vorher am freitag habe ich vor den nfp doch diesen geilen 220 punkte trade gemacht wo der markt vor den nfp zahlen genauso stein nach oben gegangen ist und da habe ich gesagt okay der freitag ist für mich gelaufen die nfp zahlen muss ich nicht handeln bin dann sogar zum dort klick aus sogar noch ins webinar gegangen habe mir das noch mal angeguckt und habe aber nebenher hat dann ganz klassisch den schrott gehandelt im nesdeck ich kann mich i remember im nesdeck war es halt so der markt ist der markt ist da gefallen zu den nfp zahlen erste richtung und hat glaube ich das ganze nur zu 38 prozent korrigiert muss man halt gucken wie die struktur hat ausschaut und ich bin dann hier irgendwie schrott gegangen dann ging es aber hier noch mal ein bisschen hin und her und dann ist der markt gefallen glaube ich noch mal 100 punkte am stück weiter aber das habe ich in simulation gehandelt weil ich musste dann auch weg um 15 uhr zu einer hochzeit und also nicht zu meiner und jedenfalls an der stelle mal gesagt das handel ich in simulation also ich muss dann trotzdem klicken ja aber halt nicht mehr ich geld genau genau das stimmt das war der coole trade aber glaubt mir dieser trade den ich da gemacht habe der hat ja super ins szenario gepasst und ganz ehrlich ich vielleicht kam das auch im text da nicht so rüber ich feiere mich jetzt für so ein trade halt auch nicht ab aber es ist für mich einfach echt horror irgendwie eine stunde oder wie lange das gedauert hat in zum trade zu sein weil mein gehirn schreit nur die ganze zeit geh raus geh raus und da halt nicht rein zu krätschen und einfach zu schließen ist halt für mich eine extreme herausforderung und es ist egal ob der trade nur 50 prozent 20 oder 10 prozent noch drin sind am ende schreit hat alles geh raus wir können uns auch noch mal wir können uns den schreit noch mal angucken hier habe ich jetzt noch mal mitgebracht wie ich das ganze heute gehandelt habe tja leider ist das hier wäre ihr preis gewesen das hier ist der m&q das ist der micro future ich war hier drin habe bei dem trade nur der sieht so winzig aus es sind halt 25 punkte mitgenommen die kerze vielheit 200 punkte also das ist nun 400 dollar die die man halt nicht hat ja also im m&q ist halt ein punkt gleich zwei dollar so ich habe hier nebenher das ganze auch noch im cfd halt gehandelt gehabt da habe ich ein bisschen was anderes eingestellt aber nur mit 0,1 und zwar habe ich hier etwas höher eine limit pullback order eingestellt und das war eine also limit sell order hier oben dachte wenn der markt also wenn die zahlen halt schlechter rauskommen ich hatte auch unten noch eine limit buy order haben aber gedacht ich glaube ich habe hier fünf punkte eingestellt aber trotzdem wurde ich hier gefüllt direkt innerhalb von der glaube ich von zwei sekunden mit minus 50 punkten ausgestoppt und dann dachte ich okay die minute ist rum ach so genau das war ja am ende sogar vor den zahlen so wenn man so will dachte ich na so eine scheiße eine minute hier vor den zahlen am ende ging das ja hier schon hin und her und mit den zahlen ging es ja wenn man so will eigentlich erst runter das war heute so ein bisschen das ganze und ja ich habe dann mit den zahlen oder ich habe das gar nicht geschnitten gab es habe ich erst nach meinem trade geschnitten dass das hier noch die alte kerze ist ja ich dachte die zahlen sind schon da aber dann kam mal die zahlen das ist hier das ist ja alles ich sage mal so das sieht jetzt aus wie eine minute aber sie sind am ende ist das hier wahrscheinlich eine abfolge von so zehn sekunden also die letzten zehn sekunden bevor die zahlen kamen schnippte das so hoch und danach habe ich gedacht okay wieder rein und habe einmal mit mit ja ist das hier wirklich 156 punkte ja wahrscheinlich aber ich habe nur einmal geklickt naja kann man vielleicht noch mal gucken ja es sind 156 punkte genau weil es waren 15 euro oder 15 dollar und dann bin ich hier unten noch mal eingestiegen und ja ganz ehrlich ich habe mich im mini future oder micro future nicht getraut hier noch mal zu klicken ich habe hier auch einmal geklickt aber da weiß ich nicht was da los war ich habe kein film bekommen vielleicht war der spread zu groß oder der daten feed lief nicht richtig also das weiß ich nicht warum ich es habe noch einmal geklickt aber da ist nichts passiert da der markt hat das ja einmal rumgerödelt und da habe ich kein film bekommt da weiß nicht wo anslag genau also das mal meine idee hier dazu das problem was wir jetzt haben jetzt um 15 30 naja was soll ich anfangen jetzt wenn der markt jetzt hier der nasdaq hier fünfhundert zehn punkte gefallen ist also ganz ehrlich da weiß ich jetzt nicht ob ich dort jetzt hier einen trade abfeuern kann und ich würde jetzt mal sagen wir gucken uns mal hier die eröffnung jetzt an um 15 uhr 30 was da jetzt passiert also wie die marktheilnehmer das machen was ich mir vorstellen kann oder könnte wäre schon dass man vielleicht sagt okay wir haben klar die zahlen sind schlecht aber ist es das wert dass wir hier bei minus 500 punkte sind also ich würde hier davon ausgehen dass wir hier schon auch eher steigen aber ich will ja ich meine dass bis da hoch sind allein schon 50 punkte also davon würde ich schon ausgehen dass die märkte also die 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 ihr seht ihr die einzelaktien die kommen alle sehr tief rein klar in der ersten minute kann sowas auch brutal wieder abverkauft werden da muss man schon lust drauf haben da drauf und ja mal gucken was hier die erste minute passiert also wir sehen jetzt sicher doch dass man entsprechend das ganze hier erst mal sagt naja komm angst ist ja ist berechtigt aber das ist ein bisschen viel das sollte man halt auch immer mal wieder so ein bisschen so 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 sehen okay na klar ist das hier alles schlecht aber die frage ist jetzt es sind halt vier prozent minus ist das halt gerechtfertigt wenn die zahlen klar sind höher ausgefallen prozentual gesehen auch um einiges höher und da muss man jetzt mal gucken was der markt draus macht ne markt kann das halt auch als chance sehen weil man sagt okay wir haben es bei der letzten zinserhöhung gesehen die wirtschaft ist trotzdem ja weiter robust ja also obwohl die notenbank ja auch schon signalisiert hat dass sie mehr erhöht als erwartet vielleicht mehr zinsanhebung gibt als erwartet und trotzdem gab es ja letzte woche freitag mit den nfp zahlen ja wieder einen starken arbeitsmarkt also das heißt die wirtschaft so gesehen läuft ja in usa weiterhin heiß und das kann natürlich schon auch dazu führen dass man sagt ja vielleicht also hier die 500 punkte abschlag okay aber vielleicht ein bisschen too much ich habe vorher im nest egg habe ich levels eingezeichnet die kann ich euch mal zeigen ich habe ja so ein bisschen hier auch das trading ab und zu so ein bisschen umgestellt und das interessante ist immer hier auf den fünf minuten chart das interessante ist hier dass wir dass wir hier die levels alle vorher schon abgehandelt haben wo ist jetzt das eine level ist das hier so viel gewesen auch durch heißer so groß ist das sieht man gar nicht und zwar haben wir hier sieht man gar nicht so weit sie die kerze so lang sind also hier sieht man jetzt zwei levels wo der markt hier ganz gut reagiert hat und zwar einmal hier und da die die beginn dieser linien zeigt wo ich das level dann eingezeichnet habe und hier oben das level fand ich auch ganz interessant irgendwann zur mittagszeit und dann dachte ich das wäre eigentlich meine idee gewesen für einen short trade und deswegen hatte ich auch hier oben bei dem level diese limit sell order reingestellt gehabt weil das auch noch ein level war was hier aber komplett überrannt wurde und habe erst gedacht ich handel das hier im mikro habt dann aber ja mich entschieden dafür dass im normal cfd zu handeln dann hätte ich ja gleich 100 dollar minus gefressen und wie gesagt mein trade war ja dann hier unten genau ja also ich weiß jetzt nicht ob ich hier in den trade abgefahren krieger schauen wir mal genau also hier habe ich jetzt die einzelaktien halt drin bei den einzelaktien die kann man sich auch noch anordnen ich habe jetzt hier mir das auf dem bildschirm passt jetzt gerade nicht ganz so gut ich hatte da gestern für noch einen screenshot das hier ein bisschen alles angepasst deswegen sieht es so ein bisschen wild grad aus normalerweise geht das dann auch über mein bildschirm so drüber also ich habe das ich habe jetzt zwei oder mehrere bildschirme und dann kann man das hier so seitlich dann anpassen so dass man das dann halt nach rechts zieht jetzt habe ich es hier mal mit offen genau also ich glaube jetzt nicht dass ich mich hier in einem trade halt rein rein bringe also ich habe eigentlich gar keine intention jetzt da einen trade zu machen gerade also ich glaube ich würde hier und das würde ich jetzt auch wie gesagt für mich dann auch so immer im kopf nach so einer es ist halt so nach so einer hohen wohlerphase oder nach diesen zahlen das ist halt einfach so klar man kann sagen es gibt eine erholung aber die wohlerheit ist halt auch relativ hoch so dass man halt hier für sich dann halt überlegen muss kann ich denn jetzt hier entsprechend ja kann ich jetzt hier entsprechend einen guten schweiz halt ab absetzen wenn jetzt der markt ja hier erstmal völlig kopflos ist und sich fragt was war das so eine zahlen was fangen wir damit an und wir treffen jetzt ja die unterschiedlichen meinungen halt aufeinander die einen sagen das ist so tief die anderen sagen okay das geht noch viel tiefer am ende gibt es hier irgendwie so was sind das von hier unten bis zu dem hoch ja 140 punkte geballer hin und her bis der markt in meine richtung gefunden hat und jetzt muss man halt überlegen auch die erste fünf minuten kerze hat eine volatilität von 100 punkten finde ich da drinnen einen trade wo ich halt hier mit einem sl irgendwie von 20 30 punkten arbeiten kann und das finde ich halt auch eher nicht ja von daher weiß ich jetzt nicht was ich jetzt damit anfangen ja mit diesem und ich würde ganz ehrlich auch sagen ich ich habe mir gar keinen kaffee gemacht ich würde hier wirklich die erste halbe stunde an mir vorbeiziehen lassen und würde halt an der stelle auch sagen ja das ist halt so da warte ich jetzt erstmal ab bis der markt sich findet ja wir können hier nochmal runter gehen in den einen minuten chart und können hier nochmal gucken ob man ob man da was sieht ja und ihr seht aber hier jetzt auch die einen minuten kerzen haben alle ja 40 punkte 50 punkte sicherlich wenn man da lust drauf hat findet man vielleicht einen trade aber ja die ersten 15 minuten würde ich auf alle fälle den markt jetzt hier abwackeln lassen genau also von daher warten wir da mal ab was jetzt hier passiert oftmals ist dass man jetzt ja wir werden beide seiten hier sehen ja wir sehen jetzt hier auch zum beispiel den unterschiedlichen verlauf wieder die apple aktie versucht oder kommt ja an das tagestief von ans tagestief von vom vortag dran das ist aber das tagestief von vor zwei tagen das tagestief von gestern ist das ja indikator was zeigen sie hier an ich habe mich gerade schon gewundert also hier passt gerade was nicht also normalerweise zeigt das tagestief von vortag an und jetzt zeigte mir das von vor zwei tagen aber trotzdem versucht hier der markt halt zu steigen hingegen seht ihr hier unten die google die halt hier direkt wegläuft und machen wir hier unten noch die nvidia an die auch direkt vom start aus erstmal so ein bisschen weglaufen genau was man was man halt nicht machen sollte man sollte jetzt hier nicht anfangen jede jede kerze jede einzelne aktie zu analysieren weil dann da kommt man dann auch nicht vom fleck es geht darum um die allgemeinheit sich zu überlegen ob man hier einfach sieht dass die der markt hat gleichgewichtet läuft da gibt es halt auch mal gucken ich hole das mal her gibt es auch eine möglichkeit ich glaube man kann es for free sehen ich muss es mal kurz gucken und zwar habe ich meine desktop gebaut wo man die top chart sieht jetzt mache ich das mal hier in einem browser auf hier privates fenster um einfach zu sehen ob man das sieht wenn man nicht angemeldet ist jetzt sieht man nicht mal kurz mal schade ich dachte das sieht man vielleicht muss ich das auch nochmal freigeben also früher konnte man das halt auch sehen wenn man nicht angemeldet war mal bei dem hier aber da wurde jetzt eine das sieht man da muss schon mal gucken da sieht man sich hier wenn wir hier dann einmal auf auf intraday geht dann sieht man sich hier im vollbild jetzt alle aktien wie die jetzt hier so sind vielleicht habe ich das auch nicht noch nicht freigegeben gehabt oder die freigabe ist direkt ja und wenn man dann sieht wie einzelne werte halt die schwergewichtet sind stark steigen oder fallen kann man halt immer mal was absehen und ihr seht dann natürlich um 14.30 Uhr da machen alle werte den knick wollen natürlich da die action aus dem future herauskommt weil der future hat logischerweise dann das dominante instrument halt ist was da denn schnell für diese verkäufe sorgt ja und da darum geht es halt so ein bisschen und das kann man sich hier also das ist für den dax das muss ich ja auch aktualisieren weil sich hier die zuständigkeiten also die gewichtung geändert haben aber ich kopiere es ja einfach mal bei den nachrichten rein in den chat dann habt ihr mal den desktop ich kopiere euch auch mal den anderen rein von dem nasdaq weil wenn ich den freigegeben habt dann könnt ihr das ja auch machen dann habt ihr das auch einfach mal abspalten muss ich halt nochmal in ruhe gucken genau okay also jetzt sind wir hier die erholung ja und wenn jetzt hier die apple aktie wieder massiv runter kommt und der rest auch nicht mit gestiegen ist dann wird es kann es sein dass du hoch dann wieder sehr schnell abgebaut wird also das ist ja eine 114 punkte kerze im 5 minuten chart ist ein box setup sogar also könnte sogar ein short trade sein erstes ziel wäre die 11607 sehe ich gerade dann war ich ein bisschen zu langsam also wenn die kerze hier hält dann kann es gleich wieder hoch gehen müsste man dann plus minus 0 raus aber wären von hier bis hier dann auch 20 punkte 40 dollar wären das hier jetzt gucken wir mal ob die außen kerze hier hält also diese kerze hier dann dann könnte man da wieder hoch gehen ansonsten möglicherweise kompletter abverkauf also hier muss man entscheiden wenn die halt hoch wollen oft halten diese außen kerzen dann haben wir auch mal ein webinar gemacht der fokus auf außen kerzen das ist ja wiederum ein thema im grundkurs skype trading ja genau aber es gibt ja noch eine größere außen kerze nämlich jetzt hier die 5 minuten außen kerze also von daher muss man zu gucken welche man wie man das übergewichtet aber eine 1 minuten kerze kann man nicht immer übergewichten ja manchmal ist dann auch die 5 minuten kerze eher dominant dann kommt gerade noch eine frage rein hallo heiko wie kann man im mt4 stereo trader nebst dem 1 minuten die 5 minuten gleichzeitig einblenden dafür auf installations manager gehen im metatrader 4 es ist hier zwar der fünfer aber dann da drauf gehen und dann sich hier das x frame tool runterladen und das dann in den chart reinziehen das heißt auch so findet man dann unter das teiltrader indikatoren das x frame und dann kann man sich das hier einstellen bei youtube mal nach x frame so wie es da steht auch mal suchen da findet er auch eine erklärung zu den einstellungen nochmal von mir genau ja also wir sehen also außen kerze super gehalten also der das box hat ab short wäre aufgegangen mit irgendwie ja bis fünf punkte plus vielleicht ja bei dieser volatilität hier muss man viel schnell sein aktuell und die außen kerze hat hier ganz gut gehalten ja just in der sekunde also das ist mir für das webinar ja ein bisschen too much gerade dann was wollte ich noch achso es ist auf meiner webseite noch nicht zu sehen aber wer wer vielleicht über den sommer es wird am morgen zu sehen sein aber wer vielleicht über den sommer hat überlegt mal eine ausbildung zu machen könnte vielleicht mal eine idee für den einen oder anderen sein vielleicht an der stelle nochmal nochmal hier ganz kurz gezeigt das wird am morgen zu sehen sein also aktuell wird es eine aktion geben von dem konkurs skype trading und da kann man den für 20 prozent nochmal nachlass erwerben und hat dann zugang auch zur community wo viel geschrieben wird wo man sich mit mir persönlich austauschen kann aktuell kostet das noch keinen aufpreis wird sich aber im herbst dann sicherlich ändern mal weil mittlerweile doch sehr sehr viele online also da drin sind und mit einigen schreibe ich auch privat was auch vollkommen okay ist und das bleibt auch so aber irgendwann muss ich dann halt auch mal sehen ja geht dann dafür schon relativ viel zeit drauf aber aktuell ist es noch so wie es gerade ist ja bei eine neue so ein support oder so eine artikel system aufzubauen das dauert halt auch so ein bisschen eine zeit genau also das so die idee wer wer sich für den grundkurs interessiert findet da morgen auf meiner homepage und dann kriegt da auch den findet da auch den link dazu wo es dann auch hingeht betreff der ganzen inhalte kann man sich das ja noch durchlesen ja ein eigener future kurs ist durchaus auch in planung vielleicht was für den herbst nach der future kurs habe das ja schon mal angedeutet ja könnte vielleicht dann auch noch mal kommen also wenn es den gibt wäre natürlich ist noch noch wesentlich passender wäre das natürlich dann hier auch für diese webinar reihe genau müssen wir mal sehen also dauert ja alles seine zeit gesagt ist es schnell gemacht dauert ja gut ja also markt in der fünf minuten kerze einmal 40 punkte runter 45 punkt oder 50 punkte runter 50 punkte hoch und am ende der fünf minuten kerze doch wieder 50 punkte runter jetzt geht die neue los also hier sieht man so eine einheitliche richtung gibt es noch nicht und der markt sucht hier nach orientierung genau ja hier nochmal 35 euro waren das hier gewesen war der gewinn ja was ich jetzt noch gemacht habe vielleicht für die die da auch probleme haben immer die auszahlung die hier direkt abgezogen werden die buche ich mir jetzt immer wieder ein damit zumindestens dem konto halt nicht die liquidität dazu entzogen wird und ich hoffe jetzt mal einfach dass man da vielleicht dann ende des jahres wieder und ich hoffe auch mal für den ganzen aufwand den auch fx let dafür betreiben muss ja oder auch andere burger die hier im inland sitzen dass da einfach das ganze dann wieder vielleicht zurück gerudert wird und man diesen ganzen quark sich ersparen kann das ist schon echt nervig aber ich glaube das ist eine gute lösung zu sagen am ende des monats das was ja eine auszahlung also an liquidität raus geht das zahlt man sich wieder eins und schrumpft der das konto war ja nur die nur die voll die gewinne ja gleich besteuert werden und am ende des jahres weiß man aber wenn man seinen einzeln gemacht hat was man ja auch dagegen rechnen kann und er dann auch wieder bekommt so also hinher hinher 50 punkte wie viel 50 70 punkte hin und her ja auch den kurzen skype trade kann man also wenn man wenn man sich darauf eingestellt hat mit dem hin und her und man 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 tritt an der richtigen stelle ein kann man stein mal 10 20 punkte machen sind immerhin ja auch zwischen 20 bis 40 dollar oder euro jetzt kann man eigentlich dollar gleich euro wir sind ja bei 1 zu 1 oder sogar jetzt da drunter sind wir jetzt da drunter ja auch hier kurz gehalten her und future kann man sich mal angucken ich habe hier die plattform verlinkt mit einem anderen tool wo ich mir jetzt die euro dollar kursi hier auch anzeigen lassen kann ich hier zum trading dom das heißt 10047 war im tief da hat einer ein kontrakt verkauft aber kostet extra die software gut ja das ist eigentlich ja auch ganz gut gemacht jetzt muss man sagen unter dem tief der fünf minuten kerze zu kaufen ist immer ein ganz guter also wenn man eine bewegung vermutet ein ganz guter trade und zwar haben wir das heute auch im dax gesehen ich kann aber drauf gehen heute früh und dax habe ich auch darauf hingewiesen ich glaube hier bei meiner maus das ordentlichen rad weg gebrochen das gerade wenn man sich immer stelle den charter zu passen daher genau hier so also hier sieht man es auch wenn man so eine kauf oder halte markt vermutet und das hat man auch das auch ein thema was man hier schon auch mal bei fx flat auch hatten im webinar ja immer dieses unter dem tief halt gucken ob der markt dann von dort aus steigen kann und das sieht man dann halt auf dass dann unter dem tief einer fünf minuten kerze der markt dann halt so nach oben driftet also hier das tief wird rausgenommen und der markt hier rein und dann direkt ab dafür genau ging dann noch mal ein bisschen anders hoch das war glaube ich dann erst mal in die gelände oder nicht genau lief dann genau bis kerze ohne dort hier oben ist auch ein thema haben wir auch schon einer der webinare hier bei fx flat behandelt kerze ohne dort und lunde ja als reaktionsmarke haben auch schon behandelt ich glaube ich habe hier mittlerweile relativ viele präsentationen soll jetzt mal gucken hier auch wieder das box hat ab hier läuft und da auch vor allem bei sowas aufpassen mit der nächsten kerze wäre es schon drin aber hier würde ich auch wieder aufpassen was passiert mit der außen kerze wenn die nicht gut rausgenommen werden kann dann muss man sich auf dem weg dahin denn schon direkt verabschieden so ich werde mal noch mal kurz die eine andere frage hier mir noch mal kurz zur brust nehmen wenn sie kommt ja ansonsten wie gesagt geht es jetzt darum keine ahnung wie weit die das hier korrigieren wollen 38 prozent jetzt hier vielleicht ein bisschen höher wäre auch ganz gut jetzt gucken wir mal hier wie jetzt unter dem unter dem tief der ein minuten kerze wir haben jetzt gleich wieder die ob die die käufer reinkommen ich habe jetzt immer ein klein lang schweig gemacht mal gucken Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt müssen wir aber über das Hoch der Minute drüber. Mal gucken, ob wir hier zum Ende der Minute mitkommen. Ja, man sieht, wie gesagt, bei der Wohler. Wenn es nicht direkt loszieht, nicht so schön, wenn dann mal einmal der Push durchgeht. Also ich würde das immer so schnell handeln, also ein bis drei Kontrakte, wobei, wie gesagt, bei eins bis drei ist es schon so. Man muss hier bereit sein, da 200, 300 Dollar hier pro Trade schon zu riskieren. Ja, und man sieht jetzt hier der Trade, wenn der jetzt hier nicht direkt losläuft und wieder hier runter, also von hier oben, wenn man jetzt nicht ausgestiegen wäre, zack, sind mal wieder 30 Punkte hinten, sind schon wieder 60 Dollar. Bei zwei Kontrakten 120 Dollar, wenn man da einen doofen Einstieg hat, sieht man schon, da muss man auch bereit sein. Ansonsten, wie gesagt, handelt das hier im CFD-Bereich und da könnt ihr ja auch in der Positionsgröße deutlich runtergehen. Also hier, wie gesagt, das Minimum hier ist halt ein Kontrakt gleich zwei Dollar. Das ist, wie ich hier drüben zwei CFDs, ne? Also. Gut, achso, ja, ich wollte nochmal schnell in die Fragen reingucken. Wir haben noch fünf Minuten, wie gesagt, ich muss pünktlichst los, leider Gottes heute. Aber wie gesagt, ich hätte jetzt gedacht, dass zur vollen Stunde vielleicht hier noch ein bisschen mehr Drive reinkommt. Was ist das? Wir müssen jetzt meine NQ-Shot. Hä? Mir fehlt hier ein Chart. NQ. Ach, hier ein Q, da, A1. Genau. So, ich hätte jetzt vielleicht gedacht, dass wir hier in Richtung, ah, noch ein Stück höher gehen, aber will er nicht. Also das könnte man sich schon vorstellen, vielleicht als Scheitelpunkt hier der Bereich, dass der Markt, wenn der hier das Tagestief von gestern nicht kauft, dass wir hier dann vielleicht auch da drunter bleiben und dann nochmal vielleicht tiefer gehen. Naja. Wir werden sehen, was die aus dem Tag noch rausbasteln oder nicht. So, jetzt aber nochmal schnell die letzten fünf Minuten. Eine Frage hatte ich noch, glaube ich, gesehen, die ich nicht beantwortet habe. Äh, das Box-Setup ist, ähm, relativ, naja, einfacher ist es jetzt nicht erklärt, aber gibt es auch ein Video dazu, ähm, ein ehemaliger, der auch bei mir mal ein Coaching gemacht hat, oder mein Premium-Service auch mal war, der hat das, ähm, erklärt bei YouTube. Box-Setup, Heiko Behrendt, findet man auf alle Fälle in der Erklärung. Ähm, es ist die Kombination aus einem Fünf-Minuten-Chart, deswegen gibt es auch das X-Frame. Ich mache es mal, wie ich es jetzt hier mit der Short-Seite gehandelt habe. Also, wir haben eine Fünf-Minuten-Kerze, die sieht so aus und hat vielleicht noch ein Bibel. Das heißt, die letzte, ähm, Minute könnte so ausgesehen haben. Vielleicht, dass die Kerze so schließt und in der, eventuell in der letzten Fünf-Minuten-Kerze das Hoch auch gebildet hat. Ja, so. Und jetzt sollte die, am besten sollte die neue, beginnt die neue Fünf-Minuten-Kerze und da sollte für das Box-Setup die erste Minute so ausschauen. Ja, der Markt würde jetzt hier eröffnen. Die, die neue Minute geht hoch, über das Hoch der Fünf-Minuten-Kerze und am besten unter dem Tief denn zu schließen. So. Und das Tief hier erreicht. Ja, und dann würden die beiden Fünf-Minuten-Kerzen nochmal zusammengezeichnet so ausschauen. Wir hätten dann eine Fünf-Minuten-Kerze so, die halt so aussehen würde. Und die Folge-Kerze würde so aussehen. Das heißt, wir hätten dann hier so eine Kerze, ähm, eventuell, wenn es so ist, und dann hier oben so hoch. So, und das heißt, man hätte hier die Hochs rausgeholt und wer über so einem Hoch dann im Fünf-Minuten-Shart-Long geht, ja, der wird dann manchmal am Tief dann ausgestoppt und das wäre dann das Box-Setup. Ja, genau. Ja, jetzt kann ich hier nochmal kurz in den Reingehen. Und wo gab es hier so richtig schön, ich gucke mal hier gerade schnell auf meinem Rechner, wenn ich da mal schnell die Suche bemühe, vielleicht nochmal Box-Setup. Wir gucken hier, wenn wir ein paar Bilder, ja, genau. Hier ist so ein Beispiel, so ein Box-Setup. Da seht ihr, dass der Markt schießt relativ weit oben, neue Kerze macht neues hoch, fällt runter und dann sollte der Markt bis ans Ziel laufen, macht er dann auch. So, wir gucken hier, was wir hier noch für Bilder haben. So, hier ist nochmal ein Bild mit einem Trade dazu. Ups, wo ist der Trade? Das Bild. So. Ja, also Kerze schließt oben, neue 5 Minuten, Kerze macht einen hoch, in der neuen Minute dann short rein mit dem Ziel, mit dem Ziel, dass wir dann hier runterfallen, also diese Box. Hier unten war auch ein Box-Setup im Übrigen. Also, der Markt fällt in der ersten Minute drunter, schließt jetzt nicht ganz darüber, aber hier steigt der Markt halt nach oben, Ziel bis dahin. Hier schließt der Markt am Hoch, das ist, wie gesagt, für eine Box halt am besten. Dann neue, erste Minute geht hoch, schließt in der Spanne der vorhergehenden 5-Minuten-Kerze und dann fällt der Markt hier runter. Das Ziel ist dann hier unten und hier habe ich dann noch versucht, ein bisschen einen Trade nachzutrainen. Genau, das ist das letzte Box-Setup. Funktioniert relativ oft, nicht immer, aber hier auch noch eins mit einem Trade dazu. Also hier unten, das ist ein perfektes Box-Setup. Kerze schließt innerhalb der Handelsspanne und dann ging es hier 5 Minuten hoch, Ziel, zack. Und vor allem, wenn ihr halt einen 5-Minuten-Chart euch anguckt, wenn wir uns jetzt hier auch, weil das ist jetzt das passiert, was auch immer mal passiert, dass hier im Webinar das stehen bleibt. Wenn wir uns das hier anschauen, nochmal vielleicht hier einen 5-Minuten-Chart. Vor allem, wenn man halt so Kerzen hat, im 5-Minuten-Chart, die ständig halt über- und unterschreiten, findet man da sicherlich immer wieder interessante Setups. Also nicht immer, aber immer mal. Es muss halt am besten aussehen wie eine Box, also irgendwie eine volle Kerze. Ich gucke hier gerade, wie sagt jetzt hier, auf die Schnelle, sind die dort und Blunden halt viel, viel zu lang. Eher keins bis gar keins. Moment ja nicht. Schön, ne? Also im DAX funktioniert es, meines Erachtens haben wir mal ein bisschen besser, als jetzt hier. Im Nasdaq ist es eher selten. Mehr. Also jetzt gerade kein schönes. Ah, hier wäre vielleicht eins, was so passt. Also hier rausgenommen und bis ans Hoch. Da muss man natürlich gucken. Ich weiß jetzt nicht, ob es in der ersten Minute passiert ist. Also das wäre hier so ein Box Setup. Ja, viele, die auch nicht aufgehen, das sieht man halt nicht. Ja, es kann ja auch bei einem Box Setup so laufen, dass der Markt manchmal der Fehler oder dass das, wenn es nicht gut läuft, dann sagen wir mal hier, das ist die Box. Kerze schließt halt oben die letzte Minute. So in einem Trend vor allem habt ihr das. Die nachfolgende Kerze schließt dann so und die nächste Minute sieht dann so aus und dann sieht man das Box Setup schon gar nicht. Die nächste Minute schließt dann so, hat aber hier uns in das Box Setup eingeführt. So, das heißt, man ist jetzt hier dann per Trigger dann Short an einem Trend sehr oft zu sehen, dass dann unter einem Tief, denn der Markt, das muss man halt dann gucken, also es gibt ja gewisse Voraussetzungen, die der Markt halt von der Struktur erfüllen sollte, dass das halt funktioniert. So, wir haben 16.02 Uhr, ihr Lieben, ich verabschiede mich jetzt in die Sommerpause, drei Wochen Urlaub. Das heißt, ich werde auch nicht zugegen sein in der Stereo-Trader-Gruppe. Mein erster Arbeitstag ist der 8.08. Und dann bin ich schon am Mittwoch, dem 10.08, nämlich wieder mit FX Flat hier am Start und dann mal sehen, was dann an dem Tag passiert. Und ja, vielleicht gibt es dann nochmal einen Tread. Wie gesagt, jetzt hier einen kleinen Tread habe ich ja absetzen können. War jetzt auch kein Highlight, aber der Markt ist ja hier auch gerade relativ wild hin und her und von daher bin ich ganz froh, dass ich jetzt hier mich nicht irgendwie verleiten lassen habe. Im Großen und Ganzen, achtet mal für die Aufwärtsbewegung, so ein bisschen im 5-Minuten-Shot auf die Außenkerzen und mal gucken, wie sich der Markt hier hocharbeiten kann. Ihr seht die ja hier, wir haben hier die Außenkerze und hier die Außenkerze und ja, wenn die halten können, vielleicht dreht der Markt hier noch ein bisschen höher, um nochmal hier an die Tiefs ranzukommen, wo auch immer die lagen und dann vielleicht gibt es da nochmal einen Drive auf der Unterseite. Ja, freut mich, dass doch alle oder fast alle da geblieben sind und ja, vielen Dank auch für die Fragen. Genau, hier hat jemand gerade noch den Link reingestellt zu dem Video. Ich kopiere mal den Link noch rein, wo die Erklärung ist. Von Florian ist das. Dann habt ihr das Video auch. So, vielen Dank erstmal dafür, für den Tom. Ja, genau. Dann, ja, vielen Dank für euer Feedback dazu und ja, ich freue mich dann wieder mit am Start zu sein, dann ab 10.8. dann zumindestens hier bei FX Flat und ja, vielen Dank, dass ich hier auch immer wieder sozusagen ein bisschen Wissen streuen kann und ja, wenn es euch interessiert, wie gesagt, findet ihr ja auch dann ab morgen noch eine Werbung, falls euch das Thema Grundkurs Skype Trading euch interessiert und ich gebe an der Stelle nochmal zurück zu FX Flat und wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dahin. Ciao, ciao, euer Heiko. Ich danke dir, ich danke dir, Heiko. Genau, 10.8. ist wieder Futures Handel zur ersten Eröffnung wieder mit dem Heiko und dann hoffe ich natürlich viele von Ihnen auch wieder live dabei zu sehen. Ich habe nicht mehr viel hinzuzufügen, bleiben Sie alle gesund, passen Sie auf die Positionen auf und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.